hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem schlimmsten albtraum hallo und herzlich willkommen zurück zu the evil within so wir sind jetzt hier gerade noch in der klinik und wir können ja mal gucken ob wir noch was verbessern können ob wir noch was aufleveln können wir haben jetzt 1500 wir probieren das einfach mal vielleicht vielleicht geht da ja noch was fitness werden wahrscheinlich nichts machen können das brauchen wir 1000 2000 3000 2000 ich würde mal was anderes noch interessieren waffen ist munition nicht so dolle wir könnten eigentlich könnten wir noch ein paar streichhölzer machen dass wir mehr streichhölzer mitnehmen können das glaube ich gar nicht so verkehrt verbessern das einfach mal und dann gehen wir mal weiter und schauen mal ob wir noch was noch was hinkriegen hier oder ob wir es jetzt mal schaffen zum ersten mal zu sterben ich glaube wir müssen zurück zum spiegel da war laufen okay da sind wir wieder und wir marschieren mal weiter ich weiß gar nicht wo jetzt lang müssen und wo sind wir denn gekommen aber wir sind von hier gekommen oder dann zu der hütte runter müssen wir eigentlich da weitergehen aber genau weiß ich jetzt auch nicht mehr wir versuchen einfach mal unser glück hier hinten da sind welche ich möchte sagen ich habe zwei gesehen kann auch sein dass es nur der schatten war von dem einen okay töte gegner die dich nicht bemerkt haben blitz schnell von hinten welcher knopf war das jetzt y oder a jetzt hat er mich gesehen wo ist er denn auch da luftschlag so jetzt aber man ist der stadt ich stehe jetzt am boden ja so wir gehen mal auf nummer sicher er hat uns ganz schön schwer verletzt glaube ich hat uns ganz schön zugesetzt so wie wir regenerieren aber gerade auch wir haben ja noch munition man bin ich dumm sich natürlich auch schießen können so wir gehen mal hier reingucken ist hier noch was drinnen ach das ist unser freund oder warum läuft denn der vor uns weg so wo ist er denn jetzt hin ohne klasse noch so einer hey seid ihr hier aus der gegend ich habe keine ahnung wo kann nicht weiter weiter ach 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 automatische zielen ähm lt zielen wenn dich ein gegner ein bestimmter entfangen zum gegner befindest du visierst automatisch den nächsten gegner vor dir an solange du die Tasse drückst na dann gucken wir mal ob das so gut funktioniert nicht wirklich ein kompletter luftschuss wenn wir keine munition mehr haben dann ebenso die frage ist jetzt ob der wieder auf steht oder ob wir ihn anzünden müssen aber wir haben glaube ich gar keine streichhölzer mehr er steht wieder auf verdammt war es das jetzt oder noch nicht das was rausgefallen munition ich glaube jetzt war es das mit ihm sowie warten mal kurz bis wir wieder ein bisschen leben wieder hergestellt haben also wir müssen ja still stehen bleiben dann wieder stellt sich das wieder her zumindest bis zu bestimmten zustand so können wir jetzt wieder vernünftig weiterlaufen wollen wir in das haus mal reingehen ich glaube ja naja ein haus ist es jetzt nicht wirklich mehr das wollte ich gar nicht wollte eigentlich das hier streichhölzer juhu fünf stück ich glaube die zünden nicht an da spare ich mir lieber das streichholz ist hier noch was noch mehr munition sind wir voll was munition angeht und eine spritze die könnten wir eigentlich gleich mal benutzen bisschen gesundheit wieder herstellen so ist doch schon viel besser dann gehen wir hier mal wieder raus wir gehen mal hier raus kommen wir hier hin okay da waren wir ja gerade oh falle die entschärfen wir mal und nehmen die teile mit vielleicht lernen wir ja noch wie man das so eine falle selbst baut gut hier ist jetzt glaube ich nichts weiter dann dackeln wir mal den weg weiter vorne ist wieder jemand und kontrollpunkt wie schön guckt so komisch in meine richtung aber eigentlich dürfte er mich ja noch nicht gesehen haben oder ist da noch einer ich glaube der ist alleine halt still jetzt lade er nicht erst mal nach was ist das denn auch na klasse gebe ich ein paar ich hatte ihn trotzdem im kopf getroffen er lebt weiter mach's gut oh hat der was fallen lassen oh ja eine spritze wie schön so wieder ein bisschen licht machen und dann geht's weiter ich höre was da hinten oh man oh man oh man okay wir gehen mal erstmal hier rein Streichhölzer ne Patronen noch besser was ist hier noch Streichhölzer grüner Schleim da hinten ist der Kerl der Typ alter die kannst du den Kopf treffen da passiert überhaupt nichts er sieht mich noch nicht er hatte sowieso schon was im Kopf stecken gibt's doch nicht fall um ey das kann doch nicht sein munition alle naja klasse eine kippt doch nicht um der Typ gut Thema erledigt so ob der wohl nochmal aufsteht wo ist er denn ach da ich glaub der steht nicht mehr auf ich glaub der steht nicht mehr auf ich glaub der steht nicht mehr auf irgendwas höre ich doch noch ist auf jeden Fall eine Sprengfalle trotzdem höre ich doch noch irgendwas was komm her komm her Thema erledigt cool ich hör aber glaub ich noch was oder ist es Einbildung nein es ist definitiv keine Einbildung da so kann ich nicht zielen wenn du auf die Haare zoomst warum er immer nachladen muss dann komm her komm her aber keine Angst vor dir oh oh boah ei 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 ich glaub den brenne ich lieber ab aber die Spritze nehme ich mit noch eine Sprengfalle verdammt ich war da so vorsichtig hab ich mich jetzt erschrocken ey damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet wartet wir geben uns mal schnell eine Spritze um den Fehler wieder auszubügeln und dann geht es weiter ich weiß jetzt nicht ob wir die anzünden sollten oder nicht wir sparen uns das Streichholz mal wir sparen uns das Streichholz mal ich habe es gewusst ich habe es geahnt ja wie viele kommen denn hier jetzt ja wie viele kommen denn hier jetzt wir sind gestorben das erste mal oje 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 tja kommt vor das mit der Sprengfalle da fehlen mir die Worte zu das ist echt krass was so früh vorne kommt schon das ist doch nicht euer Ernst so wir sollten uns beeilen aber wir wissen jetzt schon wo es alles liegt Streichhölzer sind voll Spritze nehmen wir noch mit so gut können wir jetzt wieder Streichhölzer mitnehmen ja gut gut wo ist der nächste gewesen da der hat mich jetzt gesehen der hat mich jetzt gesehen hier mal erledigt ich zünde die jetzt alle an solange ich Streichhölze habe werden die angezündet was machen wir eigentlich mit so Flaschen hier wo war denn der Typ da ey Idioten Munition alle ah blöder Zeitpunkt waren das vorhin auch schon zwei ich sehe gerade nichts wo ist er denn auch da ja was ist nu komm wir wollen weiter hier einmal Streichhölzer aufheben Munition aufnehmen grünen Schleim nehmen den habe ich vorhin nicht gekriegt hä habe ich jetzt eine Fackel warum habe ich denn jetzt sowas keine Ahnung ach das war der von hier wahrscheinlich noch der Typie hier ist unsere berühmte Sprengfalle oh das hat sich gelohnt 700 das ist ordentlich soll jetzt nicht wieder so dicht rangehen voll Schiss entschärfen so und jetzt müssen wir die Typen anzünden die hier so rumliegen ey 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 schön umfallen sehr schön jetzt müssen wir eigentlich in aller Ruhe hier hoch kurbeln können und den Checkpoint erreichen so noch kein Kontrollpunkt doch jetzt ein Kontrollpunkt würde ich doch sagen so dann machen wir an der Stelle Schluss wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder macht's gut bisher tschüss 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 t Vielen Dank.